Hi und willkommen. Oh, wartet. Ich habe vergessen. Ich habe hier eine Strichliste. Ich habe vergessen abzustricheln. Ich will ja einen Überblick behalten. Erhaupt nicht. Ja, ähm. Ja, der Brotkorb hängt höher. Du bist jetzt keine drei Jahre mehr. Jetzt musst du für dein Leckerli ein bisschen was tun. Sorry. Tut mir leid. Und ja, mein nächster Wunsch. Ich wünsche mir, dass ich meinem Papa bis in alle Ewigkeit immer irgendwelches Essen zeigen kann, das er noch nicht kennt. Und das ihm dann ganz doll gut schmeckt. Meiner Mom auch. Die Ärzte von meinen Eltern wünschen sich das Gegenteil. Die wünschen sich schlicht und ergreifend, dass ich jemanden sich klar wünschen, dass ich aufhöre, immer so gut zu kochen. Die Fettwerte sind gegendig. Die Fettwerte sind gegendig. Das klingt wie ein Kinofilm. Ab nächsten Sommer im Kino. Die Fettwerte sind gegendig. Teil 2. Ja, das ist sowas, was ich mir noch wünsche. Ich, oh Leo, hör auf den Schuh zu fressen. Im Ernst. Such den Hobby. Der denkt sich jetzt wahrscheinlich, das ist mein Hobby. Ja, gut. Das ist mein nächster Wunsch. Wir sehen uns bei meinem nächsten Wunsch. Klingt doof, ist auch so. Und ja, wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.